Sie soll nicht tanzen. Von unbeschriebenes Blatt. Kamitel 35. Einfach so. Einen Augenblick lang ließ sie die Berührung über sich ergehen. Dann trat sie einen Schritt zurück und somit außer Reichweite. Der Blick verschleierte sich. »In unserem dritten Jahr bin ich einmal mit Harry zurück in die Vergangenheit gereist«, murmelte sie dann. »Es waren nur drei Stunden, doch die haben echt was ausgemacht.« »Wie ist euch das gelungen?« fragte ich neugierig. »Mit einem Zeitumkehrer«, erklärte sie. »Damals dürfte ich das keinem sagen, aber heute denke ich, ist das okay.« »Machte ich.« »Ja, ich glaube, sowas hätte ich manchmal auch gern.« »Trunken habe.« »Sehr witzig.« Hermine blieb ernst. »Ich will jetzt wirklich wissen, was passiert ist. Erzählst du es mir?« Ich zögerte. »Ja, okay, ich tue es.« »Aber das wird eine längere Geschichte.« »Komm also bitte mit und setz dich mit mir ins Wohnzimmer.« »Willst du etwas trinken?« »Von dir nehme ich nichts mehr an.« Sie schnitt eine Grimasse. »Das war ein Scherz. Du brauchst nicht wieder deine Unschuld zu betonen. Ich nehme mein Butterbier, wenn du hast.« Ich holte ihr eins aus der Küche. Als ich ins Wohnzimmer kam, hatte sie sich auf das Sofa gesetzt. »Hier.« »Danke.« »Und jetzt will ich alles wissen.« »Gut.« »Ließ mich neben ihr nieder und lehnte mich zurück.« »Weißt du noch der Slug Club?« »Sicher.« »Nahm ein Schluck Bier und ich tat es ihr nach.« »Ihr hattet eine Weihnachtsfeier.« »Ich war auch da. Ganz kurz.« »Dann wurde ich erwischt und rausgeschmissen.« »Danach stritt ich eine Weile mit Snape rum, der unbedingt wissen wollte, was meine Pläne waren wegen Voldemort.« »Das hat mich völlig genervt.« »Weißt du noch, was danach war an diesem Abend?« Hermine krauste die Stirn. »An die Party selbst erinnere ich mich noch.« »Das war ziemlich ätzend.« »Cormack McLaggen hat mich die ganze Zeit angemacht und ich hab versucht, mich vor ihm zu verstecken.« »Das war verhältnismäßig anstrengend.« »Weißt du noch, wie du in euren Gemeinschaftsraum zurückgekommen bist?« Sie schien lange und gründlich zu überlegen. »Nein, das weiß ich nicht mehr. Bis vor kurzem hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass das daran liegt, weil es schon 25 Jahre her ist. Da erinnert man sich an solche Nebensächlichkeiten eben nicht.« Wieder trank sie einen Schluck aus ihrer Flasche. »Würdest du es eine Nebensächlichkeit nennen, wenn wir, du und ich, am Ende der Nacht ziemlich heftig rumgemacht hätten?« Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. »Es ist also wahr?« Sie benetzte ihre Lippen mit ein wenig Feuchtigkeit, sah mich aber nicht dabei an und starrte geradeaus auf den Fernseher, der bei ausgeschalteten Ton lief. »Nein, das ist keine Nebensächlichkeit. Im Gegenteil. Das ist ein Super-GAU. Was ist das denn jetzt schon wieder?« Sie winkte ab. »Egal. Wie kam es also dazu? Und wo passierte es überhaupt?« »Ich habe manchmal so Visionen von Pflanzen.« »Waren wir etwa in einem der Gewächshäuser?« Ich nickte. »Zunächst waren wir aber in einem leeren Klassenraum. Da hatte ich mich quasi hineingerettet auf meiner Flucht vor Snape. Und dort hast du mich gefunden.« »Ich war ziemlich fertig mit allem, wie du dir vorstellen kannst.« »An all das erinnere ich mich überhaupt nicht mehr.« »Es war auch nicht sonderlich spektakulär.« »Ich habe dich wie üblich beleidigt, als Schlammlut bezeichnet und alles Mögliche mehr.« »Ich wollte, dass du einfach abhaust, aber du wolltest nicht gehen.« »Ich glaube, du warst schon ein wenig betrunken.« »Betrunken? Ich habe damals eigentlich nicht getrunken. Nie.« »Ich weiß, es gab Alkohol auf der Party und vielleicht habe ich ein oder zwei Gläschen getrunken, um mir die ganze Situation etwas erträglicher zu machen.« »Ständig hatte ich Ron und Lavender vor den Augen. Diese ewig kichernde Tussi.« »Das war schon ziemlich unerträglich.« »Ja, okay, vielleicht hast du recht, und ich war da schon nicht mehr ganz nüchtern.« »Wir saßen da stundenlang, so hat es sich wenigstens angefühlt.« »Aber am Ende wolltest du mich bloß benutzen.« »Dachtest wohl, wenn Comic-McLagan dabei hilft, Ron eifersüchtig zu machen, viel besser wird es dann sein, wenn ich Draco Malfoy küsse.« »Normalerweise bin ich nicht so berechnend. Und ich habe dich wirklich da schon geküsst?« »Nein, nein, das kam erst später. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass du mit mir flirtest, schon in diesem Klassenzimmer.« »Das hat mich auch gewundert. Aber ich war ja auch in einer Art Ausnahmezustand.« »Das klingt absolut nicht nach mir. Vielleicht hatte da doch jemand seinen Zauberstab im Spiel.« »Ehe, willst du mir jetzt meine unwiderstehliche Wirkung auf Frauen absprechen?« »Das konnte ich ja nun wirklich nicht auf mir sitzen lassen, oder?« Hermine sah mich an, als wolle sie mich mit ihrem Blick zum Schweigen bringen. Also schwieg ich. »Warum hätte ich mich denn mit dir unterhalten sollen zu diesem Zeitpunkt? Du warst schon immer unmöglich, aber in unserem sechsten Jahr wurdest du richtiggehend gefährlich. Oder wolltest es zumindest sein?« Leise stöhnt, rieb ich mir die Stirn. Ich war immer nur ein kleines Arschloch, das sich vom Böse sein erhoffte, endlich ernst genommen zu werden, weil ich immer im Schatten meines Vaters stand. »Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass du aus seinem Schatten am besten hättest heraustreten können, indem du Gutes tust?« Hermines Stimme klang weich. Versuchte, ihren Blick einzufangen, doch sie weigerte sich noch. »Nein, ich dachte, alle, die so denken, sind Schlappschwänze.« »Tja, da kann man mal sehen, was jahrelange Indoktrination mit sich bringt.« »Wie seufzt du?« »Wem sagst du das?« »Ich räusperte mich ein wenig verlegen.« »Zurück zu damals im Klassenzimmer. Noch ging es ja nicht ums Knutschen. Ich fragte dich irgendwann, ob du mit mir bzw. mit einem Butterweh anstoßen würdest auf unser Gespräch und...« »Worüber haben wir uns überhaupt unterhalten?«, fragte Hermine sternrunzelnd. »Naja, es ging, glaube ich, ziemlich viel um meinen Vater, aber nicht sofort. Ich glaube, erst ging es um Potter und Weasley und wie sehr sie mich ankotzen. Weil du sowieso in dem Moment ziemlich schlecht auf deinen Ron zu sprechen warst, hast du mitgemacht, als ich über ihn hergezogen bin. Naja, ich glaube, dir ging es eher um Lavender, die mir wiederum ziemlich egal war. Gut, ich sagte also, ich würde uns jeweils ein Butterbier besorgen und dass ich noch welche gebunkert hätte von der letzten Party im Gewächshaus, die nur ein oder zwei Wochen vorher stattgefunden hatte. Erst hast du nur gelacht und gesagt, du wolltest nicht mitkommen, aber ich hab dich da wohl überredet. Und als wir in dem Gewächshaus ankamen, war da kein Butterbier mehr. Zumindest hab ich keins gefunden, nur eine Flasche Feuerwhisky, die noch zu zwei Drittel voll war. Wieder hast du dich erst geziert, aber ich hab angefangen zu trinken, und weil es sich so gut anfühlte, hab ich ein bisschen mehr gekippt. Irgendwann hast du dann nachgegeben, wolltest wenigstens mit mir anstoßen. Das Zeug schmeckte dir nicht, aber ein bisschen hast du davon trotzdem getrunken. Und weil du's nicht gewohnt warst, hat es bei dir ziemlich reingehauen. Als ich das sagte, grinste Hermine schwach. Ach, ich trinke nie Feuerwhisky. Der ist einfach nur furchtbar. Aber ab und zu trinke ich mit Ginny eine Flasche Sekt. Das war's dann aber auch. An dem Abend hattest du mehr Intus als den Alkoholgehalt einer halben Flasche Sekt, glaub mir. Du warst aber auch nicht willenlos oder kaum mehr bei Bewusstsein, da kann ich dich beruhigen. Danach wurden unsere Gespräche immer ernsthafter, aber wir haben auch gelacht. Das war ja das Seltsame. Bis dahin hatte ich noch kein einziges Mal mit dir zusammen über etwas gelacht. Höchstens über dich. Auch darüber redeten wir und lachten wieder, bis ich dich fragte, ob ich dich mal umarmen dürfte. Und dem hab ich zugestimmt? Wunderte sich Hermine. Das ist wirklich unglaublich. Ich lass es zu, dass Draco Malfoy mich umarmt. Er setzte sich auf der Couch zurecht und sah mich jetzt an. Ja, das hast du und ich hab dich nicht dazu gezwungen, betonte ich. Das war allein deine Entscheidung. Ich hab dich ja nur gefragt, ob ich dürfte. Daran erinnere ich mich null, murmelte Hermine kopfschüttelnd. Du könntest mir hier einen vom Testral erzählen. Aber das tue ich nicht, ehrlich nicht, beteuerte ich. Ich schildere dir hier nur, was wirklich passiert ist. Du kannst mir bei dieser Sache vertrauen, Hermine. Ich weiß nicht, ob ich dir je wirklich vertrauen kann, Draco. Auch wenn das mit dem Liebestrank nicht passiert wäre. Ich kann dir nicht verzeihen, dass du im Fuchsbau angerufen und dich mit deinem richtigen Namen gemeldet hast. Also hätte ich lieber wieder lügen sollen. Hermine hob hilflos die Achseln und ließ sie wieder fallen. Ja, das wäre besser gewesen. Sie drückte ein bisschen herum und fragte dann, Was also geschah, nachdem wir uns umarmt haben? Was hab ich danach gesagt? Gar nichts, meinte ich nonchalant. Wie, nichts? fragte Hermine argwöhnisch. Ich muss doch etwas gesagt haben. Nein, kein Wort. Als ich mich von dir lösen wollte, hast du meinen Kopf in beide Hände genommen und mich geküsst. Einfach so. Einfach so. Aber dann redeombkannte Kastver ohne Händenjungen. Ich geshe crushing dieses Problems ab. Wie, war eigentlich그래, was ich dir jetzt einmal gemacht? Einfach so.